Wussten Sie, dass ein Blitz eine Temperatur erreichen kann, die fünfmal höher ist als die der Sonnenoberfläche? Das ist eine erstaunliche Tatsache, die viele Menschen überrascht. Das sind sengende 27.000 Grad Celsius. Diese extreme Hitze ist kaum vorstellbar. Es ist schwer sich vorzustellen, dass etwas so heiß sein kann, oder? Die schiere Intensität eines Blitzes ist wirklich atemberaubend. Diese unglaubliche Hitze ist nur einer von vielen faszinierenden und beängstigenden Aspekten des Blitzes, die ihn zu einem der beeindruckendsten Phänomene der Natur machen. Jeder Blitz ist ein einzigartiges Schauspiel. Ein Blitz ist mehr als nur ein schillerndes Lichtspiel. Er ist ein Naturwunder, das uns immer wieder in Staunen versetzt. Er ist eine kraftvolle Erinnerung an die unglaublichen Kräfte, die in unserer Atmosphäre am Werk sind. Diese Kräfte sind sowohl schön als auch gefährlich. In dieser Dokumentation werden wir in die Wissenschaft hinter dem Blitz eintauchen, seine Geheimnisse lüften und seine rohe Kraft bestaunen. Wir werden die Mechanismen erforschen, die diese elektrischen Entladungen verursachen. Schnallen sie sich an, denn wir begeben uns auf eine elektrisierende Reise. Diese Reise wird uns die Augen für die Wunder der Natur öffnen. Blitze sind häufiger, als sie vielleicht denken. Sie sind ein faszinierendes und zugleich gefährliches Naturphänomen. Weltweit gibt es über 40 Blitze pro Sekunde. Das bedeutet, dass in jeder Sekunde irgendwo auf der Welt ein Blitz einschlägt. Das summiert sich auf unglaubliche 1,4 Milliarden Blitzeinschläge pro Jahr. Eine Zahl, die schwer zu fassen ist. Stellen Sie sich das vor. Fast eineinhalb Milliarden Blitze roher Energie, die vom Himmel abgegeben werden. Ein wahres Spektakel der Natur. Während die meisten dieser Einschläge über Land erfolgen, können Blitze auch über Wasser auftreten. Diese Blitze sind ebenso beeindruckend. Diese Einschläge sind nicht gleichmäßig verteilt. Einige Gebiete sind stärker betroffen als andere. Einige Regionen wie das Kongo-Becken in Afrika gelten als Blitz-Hotspots. Hier sind die Bedingungen besonders günstig für Blitze. Diese Region erlebt aufgrund ihrer einzigartigen geografischen und atmosphärischen Bedingungen jedes Jahr eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Blitzeinschlägen. Ein wahres Paradies für Blitzbeobachter. Auch wenn Sie also nicht jeden Tag Blitze sehen, so passieren sie doch fast ständig irgendwo auf der Erde. Ein ständiges Schauspiel der Natur. Ein... Aber was genau passiert, wenn ein Blitz auf die Erde trifft? Stellen Sie sich folgendes vor. Ein massiver elektrischer Strom durchströmt die Luft und erhitzt sie für einen Moment auf die unvorstellbaren Temperaturen, von denen wir vorhin gesprochen haben. Diese schnelle Erwärmung führt dazu, dass sich die Luft explosionsartig ausdehnt, wodurch das Geräusch entsteht, das wir als Donner kennen. Das Licht eines Blitzes ist eigentlich ein heller Lichtblitz, der durch die überhitzte Luft verursacht wird. Die Luft wird so heiß, dass sie sich kurzzeitig in Plasma verwandelt, den vierten Aggregatzustand. Dieses Plasma emittiert Licht und erleuchtet den Himmel mit einem gleißenden Blitz, der kilometerweit zu sehen ist. Obwohl wir die grundlegende Funktionsweise von Blitzen verstehen, gibt es noch vieles, was wir über diese starken elektrischen Entladungen nicht wissen. So versuchen Wissenschaftler beispielsweise immer noch, vollständig zu verstehen, wie Blitzeinschläge entstehen. Wir wissen, dass es mit der Ansammlung von statischer Elektrizität in einer Wolke zusammenhängt, aber der genaue Auslösemechanismus bleibt ein Rätsel. Und warum schlagen einige Blitze am Boden ein, während andere in den Wolken bleiben und still über den Himmel zucken? Dies sind nur einige der Fragen, die Wissenschaftler, die die faszinierende Welt der Blitze erforschen, immer noch beschäftigen. Die Geburt eines Blitzes. Um die verschiedenen Arten von Blitzen zu verstehen, müssen wir uns ansehen, wie sie entstehen. Alles beginnt in einer Gewitterwolke, einer riesigen, aufgewühlten Masse, aus warmer, feuchter Luft. Wenn diese warme Luft aufsteigt, kühlt sie ab und kondensiert, wodurch sich Wassertröpfchen und Eiskristalle bilden. Diese Partikel kollidieren miteinander, während sie sich innerhalb der Wolke bewegen, wodurch statische Elektrizität entsteht. Genau wie das Reiben eines Ballons an den Haaren statische Aufladung erzeugen kann, erzeugt die Reibung innerhalb der Wolke eine elektrische Ladung. Die Oberseite der Wolke lädt sich typischerweise positiv auf, während die Unterseite negativ geladen wird. Entfesselte Wut. Wenn der elektrische Spannungsunterschied zwischen der Wolke und dem Boden groß genug wird, BAM! Dann kommt es zu einem Blitzeinschlag. Dies geschieht, wenn die negativen Ladungen an der Unterseite der Wolke stark genug sind, um die isolierenden Eigenschaften der Luft zu überwinden und sich mit positiven Ladungen auf dem Boden zu verbinden. Diese Einschläge können unglaublich zerstörerisch sein. Wir alle haben Bilder von Blitzen gesehen, die in Bäume einschlagen und sie manchmal in Brand setzen. Und in städtischen Gebieten können Blitzeinschläge Stromausfälle verursachen, Brände auslösen und sogar Gebäude beschädigen. Die schiere Kraft eines Blitzes ist eine Naturgewalt, mit der man rechnen muss. Die ungezähmte Energie des Blitzes. Die Energie, die in einem einzigen Blitz steckt, ist unvorstellbar. Wir sprechen hier von Gigajoule an Energie, genug, um einen typischen Haushalt mehrere Monate lang mit Strom zu versorgen. Die Nutzbarmachung dieser Energie ist seit Jahrzehnten ein Traum von Wissenschaftlern, aber sie ist unglaublich schwierig. Die Unvorhersehbarkeit des Blitzes, kombiniert mit seiner kurzen Dauer und hohen Spannung, macht es mit unserer derzeitigen Technologie extrem schwierig, seine Energie zu speichern. Aber stellen Sie sich vor, wir könnten einen Weg finden. Blitze könnten möglicherweise eine mächtige Quelle für erneuerbare Energien sein. Ein Blitz aus heiterem Himmel. Kann er sie retten? Blitze werden zwar oft als zerstörerische Kraft betrachtet, können aber auch überraschend nützlich sein. Ob Sie es glauben oder nicht, Blitze spielen eine entscheidende Rolle im Stickstoffkreislauf unseres Planeten. Wenn ein Blitz einschlägt, führt die intensive Hitze dazu, dass der Stickstoff in der Luft mit Sauerstoff reagiert und Nitrate bildet. Diese Nitrate werden dann mit dem Regenwasser in den Boden transportiert, wo sie als natürlicher Dünger wirken, den Boden anreichern und das Pflanzenwachstum fördern. In gewisser Weise tragen Blitze also dazu bei, genau das Leben zu nähren, das sie manchmal zu bedrohen scheinen. Seltsame Phänomene Die Welt der Blitze ist voll von seltsamen und unerklärlichen Phänomenen. Haben Sie schon einmal von Kugelblitzen gehört? Dabei handelt es sich um eine seltene und mysteriöse Form des Blitzes, die die Gestalt einer leuchtenden Kugel annimmt, die in der Luft schwebt oder sich langsam bewegt. Wissenschaftler versuchen immer noch herauszufinden, wodurch Kugelblitze entstehen. Einige Theorien besagen, dass sie mit verdampftem Silizium oder anderen Materialien zusammenhängen könnten, die bei einem Blitzeinschlag vom Boden aufgewirbelt werden. Es ist ein faszinierendes Forschungsgebiet mit mehr Fragen als Antworten. Mythen und Legenden Blitze fesseln seit Jahrhunderten die menschliche Fantasie. In der antiken Mythologie wurden Blitze oft dem Zorn der Götter zugeschrieben. Dem nordischen Gott Thor wurde nachgesagt, er führe Blitze als Waffe, während der griechische Gott Zeus Blitze vom Himmel schleuderte. Diese Mythen spiegeln die Ehrfurcht und Furcht unserer Vorfahren vor dieser mächtigen Naturgewalt wieder. Sie erkannten ihr zerstörerisches Potenzial und versuchten es durch Geschichten und Legenden zu erklären. Auch heute noch üben Blitze eine gewisse Mystik aus und erinnern uns an die rohe Kraft der Natur. Mein Fazit Respekt vor der Kraft des Himmels Bei unserer Erkundung der faszinierenden Welt der Blitze haben wir ihre zerstörerische Kraft hautnah miterlebt. Diese Naturgewalt kann in Sekundenbruchteilen immense Schäden anrichten und zeigt uns, wie klein wir im Vergleich zu den Kräften der Natur sind. Aber wir haben auch einen Blick auf ihre potenziellen Vorteile und die Geheimnisse erhaschen können, die sie noch immer umgeben. Blitze können Energie freisetzen, die in der Zukunft vielleicht nutzbar gemacht werden kann. Blitze sind eine eindrucksvolle Erinnerung an die unglaublichen Kräfte, die in unserer Atmosphäre am Werk sind. Sie sind ein faszinierendes Phänomen, das Wissenschaftler und Forscher seit Jahrhunderten beschäftigt. Sie sind eine Kraft, die es zu respektieren, nicht zu fürchten gilt. Mit dem richtigen Wissen und Respekt können wir uns vor den Gefahren schützen. Indem wir Blitze verstehen und während eines Gewitters geeignete Sicherheitsvorkehrungen treffen, können wir ihre Schönheit und Kraft aus sicherer Entfernung genießen. Es ist wichtig, sich in Sicherheit zu bringen und die Naturgewalt aus der Ferne zu bewundern. Wenn Sie also das nächste Mal einen Blitz über den Himmel zucken sehen, denken Sie an den unglaublichen Weg, den er zurückgelegt hat, und an die Geheimnisse, die in seinem gleißenden Schein verborgen sind. Jeder Blitz erzählt eine Geschichte von Energie und Naturgewalt. Bleibt neugierig, bis zum nächsten Video und folgt diesem Kanal.